Der Vater hat es jetzt ereiligt. Er hat auch mich verheiratet. Per Dekret mit dem Herzog von Orléans. Es war sein zweiter Schlagfluss in einem Jahr. Vielleicht holt ihn Gott bald zu sich. Nach meinem Blutsturz kann ich sicher keine Kinder mehr gebären. Die Linie von Orléans wird also wohl enden in meinem dürren Schoß. Deine Kinder werden ungestört herrschen. Falls du das zu Wege bringst. Und jetzt geben es Geburt. Vater will dich sprechen. Selber Missgeburt. Ja. Wir sind beide königliche Fehlschläge. Ja. Ja. Tja, Tja, Tja. Die, die, kommen. Maria von Burgund. Die Comin bringt Sie hierher. Du wirst die Herzogin in der Kathedrale Saint-Garcien ehelichen. Du reitest ihr mit einem Gefolge entgegen, bis an die Landesgrenze. Und dann begleitest du sie nach Tour. Du wirst hier lernen. Eure Hoheit, bitte folgt mir. Eure Hoheit, bitte folgt mir.